Gut. Und so etwas ist das neuste Modell. Oh, das hier. Oh, der geht runter, was steht da oben. Ja, der fliegt. Ja, der fliegt. Der fliegt ja gemütlich. Der fliegt ja gemütlich. Der fliegt ja gemütlich. Der fliegt ja gemütlich. Das ist verdammt geil. Da kannst du verdammt tief fliegen. Der macht ja verdammt krach. Alles ist verdammt. Sorry. Das macht mega Lärm. Ja. Das macht mega Lärm. Das sehen wir dann später. Der ist ja gemütlich. Stuhl, ey. Ein Sofa-Stuhl. Ein Sofa-Stuhl. Aber der ist enorm untermotorisiert. Wie ist das groß? Ja, gar nicht groß. Kommt der fast nicht hoch, oder was? Kommt nicht hoch. Ach, der Baum auf der Straße landet. Das ist ja verdammt geil. Der fliegt so langsam. Das ist ja verdammt geil. Der fliegt so langsam. Das ist verdammt geil. Eine verdammt riesige Maschine. Schnell fangen. Schnell fangen. Schnell fangen. Das ist ja verdammt geil. Das ist ja verdammt geil. Das ist ja verdammt geil.